Hallo Ethan, wie geht es dir heute? Was für ein wundervoller See! Hast du Lust Steine zu fletschen? Okay, such dir einen Stein aus. Und jetzt musst du ihn über den See werfen, genau so. Du bist dran, Ethan. Ist schon gut, Ethan. Versuch es noch einmal. Gut gemacht, Ethan. Wie oft ist der Stein gehüpft? Einmal. Zweimal. Der Stein ist zweimal gehüpft. Toll gemacht. Eins, zwei, drei, vier. Der Stein ist viermal gehüpft. Hat es dir Spaß gemacht, zu zählen und zu lernen, Steine zu fletschen, Ethan? Mir auch. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Bis bald. اب Hallo Ethan, spielst du mit dieser orangenen Katze? Die Katze ist durch den grünen Busch geschlüpft, Ethan. Schau Ethan, sie versteckt sich hinter dem roten Laternenpfahl. Kannst du die orangene Katze sehen, Ethan? Schau Ethan, die Katze ist bei der blauen Brücke. Schau Ethan, die Katze ist durch das lila Tor gelaufen. Schau Ethan, die Katze ist auf deinen Rücken gesprungen. Schau Ethan, die Katze ist auf deinen Rücken gesprungen. Es sieht so aus, als wäre sie ganz schön müde von dem Rumgelaufe. Wir haben sie durch einen grünen Busch gejagt, an der roten Laterne vorbei, über die blaue Brücke und durch das lilane Tor. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Bis bald, Freunde, wir sehen uns. Hallo Ethan, wie geht es dir? Hast du Lust zu angeln und Farben zu lernen? Großartig, dann fangen wir an. Blau. Blau. Grün. Grün. Orange. Grün. Grün. Lila. Grün. 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 Perfekt, Ethan. Du hast so viele Fische gefangen und so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Blau, Grün, Orange, Lila, Rot, Gelb. Tschüss Ethan, bis zum nächsten Mal. Hallo Ethan, wie geht es dir heute? Schau dir all diese Ziele an. Was meinst du, sollen wir auf sie zielen und gleichzeitig zählen? Großartig. Damit machst du wahrscheinlich diese Truhe auf, meinst du nicht auch? Dann fangen wir mal mit dem roten Ziel an. Eins. Sehr gut, Ethan. Jetzt versuche das grüne Ziel zu treffen. Zwei. Beeindruckend, Ethan. Probier mal, das lila Ziel zu treffen. Ah. Oh nein, daneben, Ethan. Du musst das Ziel treffen, um die Truhe zu öffnen. Drei. Toller Wurf, Ethan. Jetzt konzentriere dich auf das gelbe Ziel. Vier. Beeindruckend, Ethan. Noch zwei und du kannst die Truhe öffnen. Schau auf das blaue Ziel. Fünf. Das machst du richtig gut, Ethan. Konzentriere dich auf das orangene Ziel, Ethan. Sechs. Das letzte Ziel, Ethan. Das rosane ist an der Reihe. Sieben. Sehr gut. Dann schauen wir doch mal, was in dieser Truhe ist. Aha. Was für eine tolle Überraschung, Ethan. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Yahoo. Yahoo. Hadj MAC- Ghrabt.